Genau, ich hab's. Also, ich bin fertig. Warte mal, warte mal, ich glaube, ich muss kotzen. Nein, nein, doch nicht. Okay, wir können aufnehmen. Ja. Nutte, ich bin der erste Rapper mit Inhalt und Messages. Geht um Drogen, Huren und immer Unleckes. Rapper machen Ansagen und Absagen mit Tracks. Die klingen wie schwanzblasende Bananen. Stoffticken ist die Basis für Rap-Singles. Du kommst mit Punchlines, ich ausmaß dich mit Stecklinge. Plastiktüten mit Hansblatt und Sipferschluss. Irgendwie macht man durch Straftaten immer Plus. Wen juckt deine Meinung, Hure, beschwerst dich wegen Style und Coolness. Reimstrukturenhaft. Zerknüllte Batzen statt Gold in der Mastercard. Bumst deine Mami, weil heute ist Vatertag. Fress mich voll mit Aioli und Tapas Schale. Im Flats mit Rugga-Paten, ganze Kraftplantagen. Ich schau auf deine New-Era-Kleppie. Und du sagst, ich find dein Fuß lecker, Daddy. Ich piss auf das Mic und die Mucke klingt färter als 90% der Huren. So ein Rapper 0,9. 0,9 0,9 0,9 0,9 Ich piss auf das Mic und bin trotzdem im Fakt gestrich. Forts in den Chucks mit Lipgloss für den Glanz. 0,9 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 0,0 0, Vielen Dank.